Wir laden in diesem Jahr wieder herzlich ein, unseren Ostergarten in der Gethsemanekirche in Barkum zu besuchen. Wir stellen die Leidensgeschichte Jesu dar in wöchentlich wechselnden Bildern und Szenen und zwar mit biblischen Erzählfiguren nach Doris Egli. Biblische Erzählfiguren, die sich eben in alle möglichen Gemütsregungen und Positionen bringen lassen, mit denen man nochmal ganz anders diese Leidensgeschichte nachempfinden, nachgehen und besehen kann. Es ist eine Darstellung in nochmal ganz anderer Weise, die sich nicht so sehr nur auf das Wort bezieht, sondern auch nochmal die anderen Sinne anregt. Wir laden ein an jedem Mittwochabend um 18.30 Uhr zu den Augenblicken der Passion, wo in einer halbstündigen Passionsandacht nochmal ganz besonders die jeweils dargestellte Szene betrachtet wird, wo Zeit ist zu Gebet, zu Meditation, gemeinsam Lieder gesungen werden und im Übrigen ist unsere Kirche ständig geöffnet. Man kann also jeden Tag die Kirche besuchen, die Szenen sich anschauen und wir wünschen dazu viel Spaß. Für die Kirche ist die Kirche. Untertitelung des ZDF, 2020